Endlich besser leben, das scheint ganz einfach. Die TV-Moderatorin und Ärztin Dr. Franziska Rubin hat es getestet. Sieben Minuten am Tag reichen, um aufzutanken, sich energiegeladener, gesunder und attraktiver zu fühlen. So verspricht es zumindest dieses Buch. Und sieben Minuten am Tag, das sollte doch eigentlich drin sein. Einen Versuch ist es sicher wert.